Einen Titelkampf haben wir noch. Ein Kampf steht auf der Beklahmregate 1-0-3-5, wo der Beacons IBO Intercontinental Champion für den verkannten IBO Intercontinental Champion im Mittelgewicht auch in diesem Tag für 2.12 runterkriegen. Der Kampf wird beaufsichtigt vom IBO-Superweiser André van Rompul aus Belgique, Belgien. Hallo und ich begrüße die Gäste am Weg zu uns, aus Santiago de Chile, herzlich willkommen, Julio Alamo! Er ist 32 Jahre jung. Sein Kofenrecker ist perfekt. 18 Siege, 15 Siege, 8 Locker aus den 15 Käpten. 72,2 Kilogramm bringt er auf die Waage. Der ehemalige chilenische Meister und former WBA Federallifting Champion aus Santiago de Chile. Und jetzt, please welcome, hier kommt's, der Regierende IBO-EU Champion aus Berlin, Deutschland, jetzt, jetzt, Jörganschicke! 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 34 Sieger, 24 Sieger, 20 Siege, Jörganschicke, 22 Käpten. 72,2 Kilogramm, exakt das selbe Gewicht wie sein Gegner, Dirk-Jörg Schicke, Fesor. Und den E-Mail-Interpartner, dieser Champion, Schicke! Schicke! Bravo, Julio! Es geht morgen los am 9.00 Uhr für alle, die jetzt live mit dabei sind. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse. Wie gesagt, morgen ab 19 Uhr geht es los. Tag 1 des Argon Double Features, der Argon Boxgala. Wir starten mit Richtig Wuchs ins Jahr 2020. Bis bald!